Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren täglichen Booster. Und wir legen heute los mit Zauberstein der Atome. Arme und Beine des Rächers. Die Geheimnisse von Großballäster. Held der Macht. Wogender Blitz. Schrödingers Ruf. Dann haben wir ein Finsternis-Zauberstein. 1.000 Lebenspunkte. Eine Rare-Karte Gefallener Engel des Hasses. Und die heutige Holo, ebenfalls eine Rare Charlottes Lichtwandel-Magie. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.